Dieser gebrauchte Spülschrank soll zukünftig in meiner neuen Werkstatt stehen, aber so kann er auf jeden Fall nicht bleiben. Der braucht eine Typveränderung. Die Griffe werden auf jeden Fall ersetzt, aber zusätzlich kommen auf die Türen noch diese Zierleisten. Ja, und wie sagt man so schön? Zweimal messen, einmal schneiden. Also ehrlich gesagt, ich messe lieber dreimal nach. Nachdem ich die Zierleisten auf die Türen geleimt habe, werde ich jetzt die Türen streichen. Und zwar mit Chalkpaint. Die hält nämlich auf nahezu allen Oberflächen und ist perfekt für den Vintage-Look, den ich hier erzielen möchte. Apropos Vintage, jetzt wird ordentlich patiniert mit einem Grauton. Die Chalkpaint wird immer versiegelt, in diesem Fall mit einem matten Lack. Untertitelung im Auftrag des ZDF, dive nach in Like Gardinen. Wenn wir mit dabeiämmen, dann le communautéspr remarks an dem Mut Volt inequitable ausf acompañlen. Und dann ist auch die Türen rein Q Kingsley im Auftrag des ZDF, dive 8 große Farbe im Auftrag des ZDF vor Kimme FLci. yearn als so gut sind D auynen vor dem Fangen gew Ultradiec. ... ... ... ... ...